ja hallo und herzlich willkommen zur neuen Minecraft Dorf Folge und diesmal bin ich nicht alleine und zwar habe ich noch einen Gast dabei und zwar den Patrick Hallo und ich habe mir schon mal meine Rüstung angezogen weil wir haben heute was vor was haben wir vor B-Pointe wir haben das unglaubliche vor und zwar die Erkundungstour ja der Wahnsinn ja ich auch aber ja dann war ich mir nicht so sicher wann du einsteigst aber wir hatten den selben Gedanke das schon mal genau der Gedanke zählt ja ja nach zwei Monaten nehmen wir wieder auf das ist auch schon krass ich habe schon gezeigt was du gemacht hast sehr interessant ich weiß nicht ob du gezeigt hast was ich so noch gemacht habe ne hab ich nicht was hast du denn so gemacht ich glaube ich war noch nie oben drin in deinem Haus das kann ich noch kurz machen das kannst du gerne machen und ich baue in der Zeit Neterwarzen ab weil ich mir ein paar Speedtränke machen will genau die natürlich wichtig sind für unsere Erkundungstour achso denkst du das geht so schnell kriegt man die so schnell fertig ich weiß nicht ich muss gleich mal gucken wie viel ich habe einige gemacht ich weiß noch nicht genau wie viele ich gemacht habe weil ja gut es waren zwei Monate her und die Folge die ich wo ich das gemacht habe habe ich nicht mehr ja es ist eigentlich ganz lustig dass eigentlich alles da ist außer die Minecraft Thor folgen ja Schicksal man weiß es nicht das wollte ich auch so ich verzauber mal noch meine restliche Dia-Rüstung Helm und Stiefel oh ich könnte eigentlich meinen Helm auch mal verzaubern Schussicher 4 könnte ich auf den Helm der Lapis ich guck mal was ich auf die Schuhe bekommen ich will glaube ich eher Haltbarkeit Explosionsschutz was das denn wenn du TNT abkommst oder wenn Creeper kommt dann bist du dagegen geschützt ja gut ich weiß was es ist aber ich habe da nicht so Lust drauf äh ich lieber schutzsicher äh schusssicher schutzsicher ja du bist einfach ein Schuss Junge oh uh Federfall 3 Feuerschutz 1 und Wasserläufer auf die Schuhe Moment Wasserläufer war das nicht dass man Moment was soll ich mir holen auf meinen Helm schusssicher oder Schusssicher? Alter wie geil! wuuuuh ich bin richtig schnell unterwegs im Wasser Was soll ich mir holen Explosionsschutz 1 oder Schusssicher 2? ich würde mir eher Schusssicher, ja wobei gegen Creeper ist Explosionsschutz ja auch danke dass du es mir sehr früh sagst aber gut ja aber gegen Skelette ist vielleicht auch warte oh oh ich schau dir das mal an hier wie schnell ich durchs Wasser komm mit meinem Wasserläufer 1 wo bist du denn? hier, hi huiii mega cool ich freu mich gerade voll und Federfall und Feuerschutz also die Schuhe sind echt geil verzaubert vor allem ich hab die nur auf äh 15 Level oder was man dafür braucht ähm verzaubert hab also auf der zweiten Stufe und dann kommt so was krasses ich glaube ich hole mir noch Wasser Affinität auf meinen Helm drauf das ist eigentlich auch ganz sinnvoll so ja aber vielleicht krieg ich noch ne gute Verzauberung ähm ich hab nicht auf Level 3 ich verzaubert deswegen aber naja so auf der Erkundungstour holen wir uns denke ich noch ein paar Level mit deswegen hab ich jetzt auch mal die Spitzhacke kombiniert und hab jetzt haltbar geil 3 Effizienz 4 das ist auf jeden Fall sehr cool das ist stark und sie ist wieder ganz krass und das geil ist einfach was richtig gut ist einfach dass wir jetzt äh nicht mehr so krass auf die Zeit achten müssen mhm ich äh kann ja jetzt wieder über 15 Minuten holen stimmt cool ja richtig dein Strieke ist weg Strieke die Strieke ja ah ne falsch so jetzt hab ich Schusssicher 2 und Wasser Affinität ich hab Explosionsschuss auf meine auf meine ähm Hose ha ja dann passt ja dann werde ich doch die mal ein bisschen aufwerten ich hab irgendwie so ziemlich alles an verschiedenen Verzauberungen was geht außer Explosionsschutz hätte ich vielleicht auch nehmen sollen so jetzt werde ich mir noch auf meine Schuhe oder warte mal ich hab ich hab auf meinen Helm Schuss sicher 2 Wasser Affinität auf meinen Eisenbrustbranzer habe ich ähm Schutz 1 wenn ich mir grad überlege ich mach mir ein Diabrustbranzer und ich hab noch meinen Schutz 1 Verzauberung also Schutz ich hab ja noch ein bisschen Gears und das könnte ich ja eigentlich nutzen eigentlich nutzen eigentlich aber auch nur eigentlich aber nur eigentlich und jetzt spinnt meine Maus rum jetzt gehts wieder so ist wieder komisch du das wir zusammen wieder aufnehmen mhm das ist doch schon ein bisschen her ja das stimmt viel zu lange her also wegen mir ich wär so langsam bereit tatsächlich ja ja oh ich hätt die Speedtränke noch lange gemacht ist so ready to go warte mal warte mal ich guck mal wieviel Speedtränke ich habe ready to go ich habe ich habe ich hab zwei Speedtränke gemacht mhm Speed 1 oder denke ich mal ja Speed 1 8 Minuten lang ja das ist besser als nix auf jeden Fall warte mal theoretisch während Zeit Zeit warte mal ich mach mal noch ein paar ja hast du Redstone selber ich müsste schon irgendwo Redstone haben dann kannst du theoretisch ein bisschen braun noch achso ich habe aber noch gar keinen Braustand oder so gemacht bei mir zuhause ist einer ok ja dann dann ja ich dusche mal die Netawarzen da rein braucht man nur Redstone oder noch andere Stuff äh ne nur Redstone ah ne muss das mit Wasser fliegen stimmt fällt mir auch noch grad ein fahren wir mal schnell und ich hoffe es kommt kein Creeper oder so obwohl ich habe ja Explosionsschuss deswegen geht das ja ja bei dieser einen Folge der ersten seit du deinem PC wiederhattest ohja sind ja doch ein paar Creeper hochgegangen boah ich denk mir so alter was wollt ihr jetzt von mir ihr scheiß Creeper ey ach hier also so warte hier kannst du ja mal gerade machen so bitte schön äh ja ich habe keine Ahnung wie sowas hier funktioniert äh du wenn das fertig ist also wenn das fertig ist dann holst du Netawarzen raus und tust da drüber ein Redstone ok und dann hast du schnelllichkeits ne Moment ne du brauchst erstmal Zucker schuld warte das hole ich dir gerade ich kann mir das auf selbst noch holen heute wird es erstmal erst die Vorbereitungsfolge machen wir da draus oder? ja kann man natürlich auch machen ach hol ich selbst mal noch kurz Zucker rüber ja weil ich denke mal nicht dass wir irgendwas vergessen und alles die wir alles schon haben dass wir sinnvoller oh hast du es mitgenommen? ok äh ja habe ich aber ich komme gleich wieder rüber ich habe schon Zucker aber na gut egal ja ich habe jetzt auch ähm äh hier Glowstone damit kann man es verlängern ne äh Glowstone ist äh Schnelligkeit 2 Redstone kannst du es verlängern ach so ach so ich nehme aber direkt noch Glowstone mit Ach scheiße der Ambush steht so beschissene eigentlich irgendwie weil die Zone da zum Heeroofohauses ist eigentlich die Monsterecke ähm brauchen wir ein Glowstone das wohl oder? Also Glowstone an sich brauchen wir eigentlich nicht, aber, naja, musst du wissen. So. Den, glaube ich, wird noch einen. Ja, genau. Ich habe einfach noch nie gebraut in dem Spiel hier. So, Moment, wirkungslos muss jetzt hier rein. So viel zu nie, jetzt nicht mehr. Ja. So, gut, jetzt habe ich schon mal... Ich glaube, ich hole meine Behutsamkeit-Spitzhacke mit, oder? Ja, why not. Du hast auch noch eine Glück-3-Spitzhacke mal gehabt, oder? Hast du die noch? Oder Glück-2? Aber ich hole die nicht mit. Also ich lasse die, weil dann hole ich die Behutsamkeit, das macht ja mehr Sinn. Also ich habe eine Haltbarkeit-Effizienz. Eisen hole ich noch ein bisschen mit. Ach, du willst eine Schnelligkeit-2 machen? Ja, ja. Okay. Wenn schon, denn schon. So, weil ich glaube, also das macht schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Ja, das stimmt. Das ist wieder eins. Ja, okay, das stimmt schon. Ja, machen wir halt so viel, wie es geht und dann passt das schon. Aber auch ein paar Schnelligkeit, also mit 8 Minuten Länge. Macht auch ein bisschen Sinn. Ach so, kann man nicht beides auf einmal machen? Ne, 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 das geht nur. Ach so, das ist ja tricky. Warte, ich mache mal, damit es halt... So, Schnelligkeit 2, dann, äh, oh ne, Moment. Wirkungslos. Wirkungslos. Kann sein, dass wir... Man braucht ja gar nicht viele Netherwarzen dafür. Ne, ne. Da haben wir übertrieben viele von jetzt. Ja, sicher. Aber wir haben ja erstmal so wenig gesammelt und jetzt haben wir jetzt einiges. Mhm. So. Ich wollte dir übrigens ab und an mal was in deine Kisten tun, aber du hast dir ja gesichert. Ach so. Ja, das habe ich mitgebracht. Selbst schuld, das ist aber Redstone zu verlängern. Ah ne, Moment. Was muss man als Zwischenschritt zuckern, was genau. Ja, erst Zucker und dann... Oh Mann. Ich mache mal eine kleine, kleines Häuschen mal. Solange du noch am braunen bist. Jo, ich gebe dir mal einen Speed 2 dran, schon. Zick. Ein kleines Häuschen nimmst du aber wirklich ziemlich genau. Ich habe irgendwie keinen Plan, wie ich das bauen soll. Was soll es denn werden? Ein Klohäuschen. Dixi-Klo im Vorgarten. Oh Gott. Hier kommt ein Creeper an. Ich brauche schon wieder ab, keine Sorge. Essen. Das ist auch wichtig. So, Schnelligkeit. Und da jetzt Redstone drauf. Okay. So, ich habe zwei Schnelligkeitsdränge, weil ich nur mal anmerke. Ich habe zwei Speed 2 für 3 Minuten. 1 Minute 30 ist das nur. Oh, krass. So, dann mache ich mal ein bisschen Brod mit. Obwohl, Moment, ich habe doch Fleisch. Dann mache ich mir jetzt noch drei 8-Minütige 1 und dann nochmal drei irgendwas. Und dann wäre ich soweit. Das ist super. So, Schnelligkeit 8 Minuten. Und dann die hier noch. Oh, Moment. Äh. Nein. Was ist los? Nicht Redstone. Hier. Achso. Netherwarzen. Okay. Äh, wo kann ich dir die wieder hin? Warte, ich gebe dir die einfach wieder. Zumindest die meisten. Die wir jetzt nicht mehr hier drin haben. Hm. Ich habe auch nur einen Stärke 1 Bogen. Da müsste ich mir auch mal was krasseres machen, theoretisch. Naja. Gut, den will Weile haben. Ja, das stimmt. Guck mal gleich, wie wir haben. Und dann... Oh, das ist... Was habe ich denn jetzt noch angeschaut? So, jetzt hast du eine Kiste, wo du was reintun kannst. Aha. Hier. Ne, da war's. Warte, 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 warte. Ich habe mal eine bessere Idee. Ich bin einfach so mitten vorm Haus. Warte, warte. Ich habe jetzt eine bessere Idee. Warte, wir machen das mal schöner. Oh, oh. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Okay, ich habe jetzt vier. Äh, achtminütige und vier. Äh, Schnelligkeit 2. Tränke du. Ich habe zwei Schnelligkeit 2 und einen achtminütigen. Oh, dann glaubst du mal ja dir. Noch was? Wolltest du noch was machen, oder? Ähm, nö. Wegen mir können wir los. Okay, dann tue ich gerade. Dann mache ich folgende. Sollen wir einen Enchanting-Table mitnehmen, oder brauchen wir keinen? Ähm, brauchen wir, denke ich, nicht unbedingt. Aber ich muss gleich nochmal reconnecten. Aber ich kann dann mal einfach go 나눌.